So, was machst du jetzt? Hey du, ich rede mit dir. Ja? Was machst du jetzt? Keine Ahnung. Mich ignorieren? Hey! Schatz her! I have immer noch Eisenspert. Und do very good English. I have a Eisenspert too. Lalalalalala. Oh je je. Jetzt hat er einen Schwer. Ich wollte jetzt irgendwas machen gehen. Ich weiß noch nicht mal was es war. Hey, gucken wir's fändisch auf. Ach, tschüss. Ähm. Haben wir noch mal in den Öfen drin. Außer Kohle. Glas. Machen wir hier noch irgendwas wichtiges. Pressure Blade. Sollen wir... Die Eier brauchen. Die Farm. Oh, ähm. So viele Rails. Sollen wir mit den Rails irgendwas machen? Sagen wir uns ne Diamantenfarm anlegen? Wir können ja schon mal anfangen. Oder du könntest ja schon mal anfangen. Ich muss hier noch, äh... Die Terrasse fliegen. Genau, ich baue mir jetzt ne Diamantenfarm. Mach das, aber geh da drauf bitte. Hä? Äh... Nicht drauf gehen, ne? Hier drauf. Achso, sterben. Kaputt gehen, ja. Hops gehen. Warum? Ja, darum. Ich meine nur. Nicht, dass du wieder in verbotenen Gefilden spawnst. Wieso mach ich ein Gestrapdoors? Was? Äh, ähm... Kann ich... Ich dachte... Ich muss mal hier grad nochmal pennen. So. Ähm... Es wird hier nicht geslasht. Äh, ich will aber grad hier pennen, damit man spawnen kommt, wie der hier ist. Ne, 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 ne. So, und pennen und... Ich lege mein Bett und du jetzt auch. Ich? Nö. Ach. Ne, also noch, äh... Nein, war ein Scherz. Ich bin doch nicht so fies. Wo bist du? Wo pennst du? Lass mich warten. Hä? Wo bist du? In meinem Bett. Wo bist du? Los, pennen! Wo ist denn dein Bett? Dann geh weg, lass mich in Ruhe und geh ins Bett. Au! Idiot! Was ist'n? Was ist'n? So blöd. Noch. Ach, toll, jetzt muss ich hier mein Bett wieder aufbauen. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich will mein Bett nicht mehr aufbauen. C-slash-GM. So, jetzt muss ich hier mal kurz mal in Ruhe schweben. Ey, raus aus dem Kreativ. So, C-slash-GM. So, wieder zurück. Aha! Doppel eingegeben. C-slash-GM. So, darf ich wieder wegschrauben und einen ins Bett. Puh! Puh! Alter, ich fühl mich immer richtig müde, wenn ich da bin. Au! Ha! 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 Was? Wo kommst du denn nicht rein? Was denn? Halt mich vor. Gut. Lalalalala. Gön mir noch ein bisschen Kohle, Junge? Nö. Na, ne, unten? Dann ja, ich kann ja mal. Keine Ahnung, wo Kohle ist, musst du suchen. Ich muss ja auch immer suchen, bis ich was finde. So mach ich mir mal 64. Gehen wir nochmal in unsere Mine, bevor wir Diamanten-Farm gehen, oder bevor du Diamanten-Farm gehst. Ähm, läuft die Aufnahme eigentlich schon? Äh, du, schon lange. Oh. Ähm, ey, sollen wir eine neue anlegen, oder die alte? Nein, ich gebe jetzt erstmal nochmal in die alte Mine, ich muss mir schon was suchen gern. Hey, dann gehen wir da mal gucken. Fakke ich diesmal reinzuspringen in dieses nasse Loch? Yay, ich bin nicht gesprungen, ich bin reingefallen. Wow. Lalalalalala. Ach ja. Scheiße, dass eigentlich der Ton weg war in dem fünften Let's Play. Oh, ich fand die, ähm, ich fand den Sturmfilm eigentlich lustig, wie der Julius und ich dann da gestanden haben. Und ich werde dann das Loch da rein gehauen haben. Naja, das kam so total idiotisch. Äh. Äh. Nein, Moment, ich muss nochmal hoch. Welches Level ist das hier jetzt? 29. Ja, buddel du dich schon mal runter, ich muss mir noch Fackeln holen gehen. Oh, ist jetzt nicht wahr, oder? Bisschen spinnen jetzt. Hä, super. Ach, du Scheiße, hab ich... Ich muss sowieso gleich mal kurz was gucken. Äh. Alter, wie tief haben wir denn so gebuddelt. Ach, Mann. Ich hab keine Lust, hier an der Wand hochzuspringen. Ich glaub, ich soll mal Leitern hin. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ein Creeper explodiert. So, wie viel ist das Level 21, was? Ich hab irgendwie gar kein Level mehr. Ja. Nee, jetzt ist es lang genug. Ähm. Alles mean, was? Scheibengleister. So, dann tu... Äh, ja, stimmt. Oh, das ist nicht wahr, das ist okay. Ja, ha, ha. Nehmen wir mal die noch mit, die noch mit. Und dann... Das da hin. So. Dem... Bogen nehm ich doch lieber mal mit. Na, sprachst du deinem Internet auch mal rum? Ja. Jetzt will ich aber springen. Okay. Autsch! Okay, nie wieder in das Wasser springen. Wenn du springst, verlierst nämlich sowas von Leben. Ja, das ist jetzt Level 10, das war jetzt immer geschehen. Ich rate dir auf Ebene 16 hochzuge, eher auf 15 hochzuge. Ach nee, das weiß ich auch. 15 ist glaube ich besser. Ähm. 15. 15,6. 15,6. 15,6. Du bist auch 15,6. Ja, die sind 60,6. Das ist doch schön. Hm 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 hm. Hey! Hier ist irgendwo ein Plopp in der Nähe. Das ist bei dir. 15,6. Hey, hier ist noch ne Truhe. Ich hab grad zwei Truhen gefunden. Nicht ehrlich, oder? Hä? Nicht ehrlich, oder? Doch. Nein, was war schon? Und ist ein Plopp in der Nähe. Es waren zwei Diamanten drin. Nein. Melonensamen ohne Ende. Ich hab jetzt sieben Melonensamen, glaube ich. Nein, fünf. Schade. Äh. Ja. Wo ist dieser Lob? Das leid man doch immer. Nein, der irritiert mich grad voll. Na super. Nicht lang, du hast keine Ehre, was ist ja auch. Äh. Äh. Okay. Hier war er nicht. Wow. Wo ist dieser Creeper? Hä? Hä? Ich weiß nicht, ob er so schlau ist, hier durch ne Hülle zu streifen, mit zwei Diamanten in der Tasche. Genau, genau. Genau, müssen. Also, irgend... Äh, nein, 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 nein. Lass mir. Ja. Ich wusste, ich war irgendwo ein Creeper in der Nähe. Nein, die Fresse. Das ist vielleicht. Hier ist er. Wo war dein Grampa? Ähhhhhh. LOL. Okay. du bleibst weg, freundchen, ganz schnell weg mit, äh, scheiße, Wechsel, ich hab so viele Kasten hier belegt mit irgendeinem Grimms gerammt, dass ich ihm gar nicht mehr wei- äh, weg mit dir, alter, okay, ja, wo kam die, sagt, ihr schweiß, woher herkam, wo ist noch einer, ne, 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 nicht mit mir, nicht mit mir, mein Freund, ich hab hier irgendwo Wasser, äh, ja, hey, ein Creeper, Mann, wie, wo kann, nie, oh, ja, selber kotzt mich irgendwie an, Halt ist nicht wörtlich gemeint, aber, er ist absolut komisch drauf, Wo kommen diese ganzen Creeper her? Es ist ja schon der zweite Lasst mich in Ruhe Hör auf! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Enderman! Hey, Andy! Komm mal her! Ja, super! da verschwingt den jeden mal in der Wand, diese scheiß-Zombies sind Endermänner und ach du scheiße! Hey! Oh, ein riesen Blob! Hast du einen? Ja! Geil! Alter, ist dat'n Vieh! Ja, es gibt dann schon viel Slimeballs dabei, dann können wir jetzt zu viel Pistens machen! Hallo! Hallo? Ich finde es auch gut, dass sich die... ähm... Oh, Hilfe! Ein bisschen höher ist... Hey, 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 ich hab'n japanischen... Ja, lass mich... Lass mich... Lass mich... Ich will hier rauf! Ich tue mich weh! Lass'n japanischen was? Ja, das ist so'n kleiner japanischer... Mit so'n Stirnbenchen... Der hat schon wieder hier einen Enderman! Wo ist der? Ach so, stimmt, du hast random Mobs! Ja, so kann man das aussehen! Äh, super! Wie viel... Was hast du gesagt? Man bekommt viel Slime da draus, ne? Kannst du vergessen! Aus jedem weiteren kommt viel Slime. Au! Scheißvieh! In unserer Sorge, in meiner Singleplayer-Welt hab' ich noch nie einen Slime gefunden! Ja, super! Ja, super! Mich glaub' mir grad irgendwie welche... Ahn aus dem... Nichts! Mir ist immer alles drin auf Kohle! Ist zwar immer gut wie Öl, aber... Naja... Ich will Diamanten! Ich glaub' das ist ne Kohle-Mine und keine Diamanten-Mine! Ich hab' nur einen Slime bekommen! Geschiss! Aber endlich hat das Bloppen aufgehört! Also da war nix! So, dann geht's mir hier hoch! Ja. Äh! Äh! Mmm! Mmm, ich hab' auch...